hey hier ist kraft und ich heiße ich herzlich willkommen zurück zu 5 friends and candies 2 und wir werden diesmal die 7 20 nacht probieren die vielleicht schwerste challenge ich weiß nicht nach wo es kommen wird aber die 7 20 nacht war meistens immer dafür bekannt dass sie sehr heftig ist und deswegen habe ich jetzt angst gut ich habe schon gehört dass sie übelst schwer sein soll im gehenden zum rest des spiels der anscheinend ziemlich simpel gehalten ist aber wir werden mal gucken was jetzt hier machen müssen ich habe absolut keine ahnung etwas schweres passiert ok du bist da ok du bist da du bist da ok ich weiß es nicht wie ob das ging schnell ok das ist heftig hier hier bla 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 ich bin sehr wahrscheinlich tot was nicht gut ist ok hier ne da ist einer fuck die sind überall ich kann es nicht weg leuchten ich kann ich nicht wirklich nicht weg machen wie ich es hinbekommen das ding ist kaputt funktioniert nicht ich kann ich nicht weg bekommen es ist kaputt spiel ok habe ich die weg bekommen ich habe nicht weg bekommen weil genau ankommen ist wo ich ihn weg leuchten wollte ist toll das ist super toll das ist echt super toll das ist jetzt alles genauso geklappt wie es klappen sollte ich sterbe jetzt einfach ja natürlich sterbe ich jetzt einfach nice ich habe keine ahnung ok offensichtlich darf auf keinen fall irgendwo eine kamera kaputt gehen wir sind telefon das habe ich verstanden ok du bist da ich muss immer da ich muss immer gucken wo aktuell absolut überhaupt keiner ist ich bin what the fuck das ist einfach instant kaputt gegangen willst du mich verarschen wie geht das ist einfach instant kaputt das ist doch bullshit nein nein man ich habe keine zeit zum reagieren es ist nicht possible recht ok ok sobald ich einfach irgendwo anrufe geht das telefon kaputt ist ich nicht so gut finde ich schaffte ich habe eine technik rausgefunden ich drücke überall hin und dem moment wo jemand den raum betritt mache ich instant die scheiße wieder aus das ist das einzige was ich machen können ich verstehe nicht wie ich ich verstehe nicht wie ich schnell reagieren sollten das wegzubekommen ok so das ist echt fucking gefährlich das ist echt fucking schwer nein ok ich kann ich kann nicht schnell reagieren ich kann ich glaube es passiert einfach ich muss einfach damit klarkommen dass das zeit kaputt geht oder ich muss mich einfach ich muss aber akzeptieren das ding ab und zu kaputt gehen wird das wird einfach passieren das ist jetzt einfach so und ich muss damit rechnen und ich schicke einfach permanent hin und her das einzige was ich machen kann so hier ich glaube wenn ich so weitermache ist es möglich ich glaube es ist möglich wenn ich so perfekt spiele wenn ich es perfekt spiele ist es auf jeden fall möglich ok du bist da 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 fuck ich muss aber permanent irgendwas klingeln lassen sonst bin ich einfach tot sonst darf auf keinen fall eins von den dingern kaputt gehen sonst ist echt schwer warum geht da keiner hin das ist schlecht das ist ganz schlecht muss ich ganz schnell hoffentlich die richtige seite treffe woher kommt mehrere zum was passiert gerade das war hier gerade warum die konnte ich gerade zwei auf einmal klingeln lassen hä ich kann mehrere auf einmal klingeln lassen jetzt auf einmal verstehe es nicht wie geht das wie ging das überhaupt nützlich mehr auf einmal klingeln lassen ab wann geht das es geht habe ich das spiegel hat irgendwie kaputt gemacht ihr habt es gesehen ich hätte zwei oder drei gleichzeitig am klingeln und ich weiß auch nicht was ich hier tue warum kann ich mehrere auf einmal ich verstehe das nicht ich verstehe es nicht ich konnte wie zwei auf einmal klingen lassen dass sie uns jetzt permanent am klingeln das ich habe keine ahnung was ich getan habe ich sollte glaube ich nicht zwei auf einmal klingeln haben weil das irgendwie nicht so funktioniert wie es sollte jetzt hat das ding unten rechts permanent am klingeln oder auch nicht ich habe keine ahnung ist die nacht ist die nacht im arsch hatte schon wieder hinbekommen sind nachts sieben total verkackt hat die nicht richtig funktioniert wenn ja wäre ich ziemlich angepisst weil ich kann zwei gleichzeitig aktivieren aber dann ist eins von denen permanent kaputt warum warum und warum nur in der nacht ich habe keine ahnung warum das so ist ich weiß es absolut nicht ich glaube ich komm komm bis gleich hälfte ist geschafft leute die nacht geht die nacht geht die nacht ist möglich ist einfach nur verdammt schwer man darf keinen fehler machen wir müssen jetzt einmal was kaputt gegangen weiß klingen lassen habe während der pinguin im raum aber was nicht gut war aber es ist möglich muss einfach nur permanent eine sache klingen lassen und in dem moment wo jemand den raum betritt muss ich sofort das telefon wieder ausschalten ist es stirbt innerhalb von einer halben sekunde da kommt keiner rein warum weit wo willst du mich verarschen ich konnte gar nichts machen das ist doch bullshit komm schon ich konnte gar nichts machen ich konnte nichts machen du spaß die spiel das ist nicht dein ernst oder ach komm man die scheiß nicht dauern auch so lange ich glaube der affe ist das einzig ich glaube der affe ist das mich das chill out der affe ist glaube ich das einzige was irgendwie so ein bisschen gefährlich wird ich glaube ich bin jetzt fast nur am affen gestorben abgesehen davon dass ich einfach manchmal einfach dumm gespielt habe aber das wirklich richtig gefährlich ist während man gut spielt der affe weil man manchmal einfach pech hat mit den kamerasystem und gerade ausgeschaltet wurde als der affe reinkommen bei dem pinguin kannst du nicht du kannst du nicht ausweichen das geht nicht ist nicht möglich auch so dass unmenschliche reaktion dem moment aber es ist verdammt schwer ich habe nicht so möglich ist bei der sekunde wo man ihn sieht stirbt man einfach schon also wir haben die kameras und sofort kaputt wo bist du aber es hier wenn jetzt der pinguin kommt und direkt nach der affe dann war es das halt dann habe ich ja pech gehabt da kann ich nichts machen dann ist er einfach der versuch war es dann halt einfach einfach verkauft wenn jetzt der affe kommen würde wäre es halt gewesen oder die stelle kaputt ist wo der affe hängel was auch immer verkauft verpiss dich okay du bist da das ist frustrierend dieser scheiß pinguin kam diesmal schon so oft der kommt so auf der verkauf ist drecks pinguin das ist das sechste mal das ist bullshit verkauf habe ich hasse dich du bist scheiße was einen kleinen penis affe erfahren dass man sich mit banane zu vielleicht meine banane zu dran rumsaugen was sie ja nein bitte nicht ich möchte nicht ich hasse ihn ja jetzt kommt direkt der affe wo bist du oben link hier als maul nach oben oh komm schon das ist doch bullshit ich hatte was gerade weggegangen wie kannst du mich angreifen während ihr habt die nachgeschafft okay mir egal ich mache es nicht noch mal sorry okay das ist mir egal das macht keinen spaß es macht kein spaß es macht absolut keinen spaß spielt selbst 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 ist mir ist mir ist mir ist mir völlig egal ich freue mich wirklich sehr heftig was war gut das gibt es jetzt als nächstes gibt es jetzt das war die zentrali nach genau nein warum erwartet wird was würde es mir bringen das normal zu machen was bringt es ihr wollt eigentlich nur sehen was dazu sehen gibt es können jetzt auch damit weitermachen das ist wesentlich angenehmer als jetzt 50 versuche mit der scheiße zu machen bei dem spiel was nicht funktioniert wie es funktionieren sollte das beschissen mich ich hole nur rum sorry ich will ja gut ist dann